Fortnite, aber nach jedem Tod im Spiel muss ich mit einem anderen Kinder-Controller spielen. Freunde, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, mein Creator-Code-Wannabe im Itemshop zu benutzen. Okay, Leute. Neues Video, neue Verrücktheit. Und zwar spielen wir heute mit Kinder-Controllern. Und ihr seht ja schon, wir spielen heute mit dem Hori, Playstation, irgendwas-Controller. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass Lustig bei diesem Controller ist. Das wusste ich noch gar nicht. Der ist einfach für junge Spieler gemacht. Da steht das auf der Rückseite drauf. Dieser Controller soll 40% kleiner sein als normaler Controller. Warte mal, ich habe hier einen. Wir gucken mal. 40% kleiner. Das passt aber irgendwie nicht, oder? Ist das ein bisschen gecheatet? Keine Ahnung. Egal, Freunde. Wir testen das Ganze mal. Ey, mein Controller wird gar nicht als Playstation-Controller erkannt. Was ist das denn? Er denkt einfach, das wäre ein Xbox-Controller. Okay, wir gehen noch ein bisschen rüber. Ich hoffe, dass ich mindestens drei Kills machen kann. Ist hier irgendwo einer? Hallo? Bin hier einsam mit meinem Pony. Oh Gott, der eine ist schon gelandet. Ey, das ist gar nicht gut. Ich habe lange nicht gespielt. Und jetzt bin ich wieder zurück. Gehe am besten einmal da rein und behebe mein Problem. Boah, ist doch dunkel in diesem Spiel. Ich mag das nicht. Mitten überall Gegner sein. Was soll denn das? Wieso denkt er, das ist ein Xbox-Controller? Hallo, Obi. Ich muss mal kurz bei dir reinkommen. Ich muss was umstellen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Die Einstellung, ganz schnell rein. Ihr kennt das ja vielleicht. Dann gehen wir auf Playstation. Annehmen. Und die Magie ist da. Okay, jetzt können wir Leute killen. Was ist das hier? Hä? Ist das neu? Arcade? Hacker? Was muss ich machen? Nach unten. Nach unten. Okay, ich bin tot. Ich habe eine Sekunde überlebt. Kann man Waffen switchen? Okay, so. Wo sind die Gegner? Hallo, ich spiele mit Kinder-Controllern. Ich habe mal gehört, das sind Hacker-Controller, damit das irgendwie ausgeglichen ist. Oh, da ist einer. Oh, der rutscht sogar. Der könnte schwitzig sein. Den schnappen wir uns jetzt. Okay, schnappen wir uns nicht. Ich werde von einem anderen angegriffen. Hilfe. Zieh dich, Alter. Schieß auf den anderen. Liegt ganz gut in der Hand. Aber sehr, sehr schwierig. Jetzt schießt der andere auch auf den. Hör doch bitte auf, Bruder. Er hat ihn gekillt, oder? Ich lege mich ran. Und dann gibt es eine Attacke. Shit, wo ist der? Bro, komm noch raus. Hallo? Egal, es ist auf. Ich kann ihn nicht besiegen. Fliegen hier einfach nur so rum. Mit dem neuen Horry-Controller. Oh Gott, da ist schon einer. Ich sage euch, kurzer Review. Ist ganz nett. Hallo? Oh, oh. Digga, ich werde schon wieder sterben. Okay, ich nehme alles zurück. Der Controller ist doch nicht gut. Das macht gar keinen Sinn. Ich sterbe einfach direkt. Die Gegner sind einfach zu gut. Ich sage es euch. Freude euch zu schnell. Ich komme nicht klar auf diesen Controller, Leute. Es ist einfach... Ich glaube, das soll ein Geist sein. Dieser Controller wurde von Geistern erschaffen. Und er spielt sich auch so. Ey, warte mal. Der ist ja schon wieder von Horry. Ey, Horry. Ich bin nicht gesponsert von euch. Aber ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt, ne? Ich weiß nicht, wie man mit diesem Controller spielen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass eher größere Kinder damit spielen. Ey, nicht mal meine Hand kommt hier rum. Ich versuche es. Und ich habe eine große Hand. Das wird sehr, sehr kompliziert werden. Wo gehen wir überhaupt runter? Hä? Wo bin ich hier? Ey, nicht schon wieder bei der Farm. Also ich muss sagen, der liegt gar nicht gut in der Hand. Überhaupt nicht gut. Das macht gar keinen Spaß. Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, wo ich meine Finger hintun soll. Es geht schon wieder nicht mehr. Nein. Controller. Wieso haben wir Probleme? Bitte. Kommen Sie zurück. Oh Gott, hier landen Leute. Pischi, lauf, Bruder, lauf. Komm schon, hol dir eine Waffe. Wir gucken einfach nicht auf andere Gegner. Zumindest wird er von Playstation erkannt. Okay. Ich glaube, ich habe hiermit noch nie einen Kill gemacht. Wenn wir es schaffen würden, dann wäre das das erste Mal. Bitte, gib mir ein bisschen Heilung. Ich brauche ein bisschen Blue und so. Hier ist irgendwo einer. Ein armer Irrer. Der will mich töten. Ich mag, wenn es brennt. Aber nur in dem Spiel hier. Er ist schon wieder ausgegangen. Oh, da schießt jemand. Oh mein Controller geht schon wieder aus. Ey, was ist denn das? Hallo, Bruder. Enttäusch mich nicht. Ist das eine neue Funktion oder so? Eine Funktion des Ausgehens. Der meint es richtig ernst. Der meint es richtig ernst. Oh mein Gott, wie schießt er? Verreckt. Du komischer. Ja, wir haben ihn. Erster Kill ever mit diesem Kill. Und Big Bababoo, geil. War das überhaupt der erste? Weiß ich auch nicht mehr. Wir müssen weiterziehen. Gib mal die Waffe her. Besser. Und die ist auch besser. Es ist so komisch, mit diesem Controller zu spielen. Bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet. Sie sind ein DJ, habe ich gehört. DJ Dave in dem Mix, Alter. Aber dein Mix ist gleich vorbei. Oh, der Kopf guckt raus. Aber ich kann nicht zielen. Wenn ihr mein Gesicht sehen würdet. Ich finde so schlecht. Okay, wir haben ihn gleich. Und let's go. Das war... Oh oh, er ist schon wieder ausgegangen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo. Bitte. Hier. Was ist denn das? Ist das ein neues Feature? So lebe ich überhaupt noch. Viele Fragen. Seht ihr überhaupt was? Aber hier ist ein Smiley. Wir hatten hier geschossen. Ey, der holt den echt wieder. Lass ihn leben. Ne, warte mal. Lass ihn sterben. Jetzt gibt es eine Bombe von oben. Ich komme und hole dich jetzt. Das Gesicht hat es mir befohlen. Anstrengend. Drei Kills am Start. Ich war nie besser mit diesem Ding. Die aus Geisterhand hatten die keine Chance mehr. Er ist aus. Ich kann nichts machen. Was ist das? Bist du kaputt? Komm mal wieder, Bruder. Oh, das gab ich ein Getränk. Und Heilung. Wir sind wieder back in the game. Ich kann mit dem Controller abbauen. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr sehen, wie ich baue? Ich zeige euch das jetzt gleich. Wenn ein Gegner kommt, ich baue einfach. Außer der Controller geht aus. Dann baue ich nicht. Locker, da sind irgendwelche Schwitzer. Ich gehe da hin. Einfach nur eine geile Waffe wollte ich haben. Oh Gott. Es explodiert gleich. Junge, dreh doch nicht direkt durch. Iron Man, was fehlst du denn von mir? Ich habe dich letztens auch noch gespielt, Mann. Ich habe dich supported. Oh Gott. Ich habe eine Idee. Ich jag die jetzt einfach hoch. Stirb, Iron Man. Du bist eh tot in dem Film. Oh mein Gott. Warte mal. Ihr wolltet noch sehen, wie ich baue. Boom. Oh oh. Äh. Hier ist irgendwie noch ein anderer. Okay, ich fahre mir wieder. Meine Rache wird schrecklich. Ich bin so gut mit dem Controller. Nein, was passiert hier? My head spin right round. Oh mein Gott. Irgendwas will nicht, dass ich gewinne. Wenn ich jetzt sterbe, ich hätte locker die Runde gewonnen. Macht hier einer Chimichangas gerade? Passiert da. Guckt euch das an. Popcorn greift an. Und ein Horn. Ich kann nichts dagegen tun. Mein Controller ist so heftig eingestellt. Lol, wie viele sind das? Okay, der ist auch tot. Der Popcorn geht richtig ab. Da kommt noch einer. Das ist ein Big Baba Boo Fight. Ja, komm. Hol ihn wieder. Mach was. Ich bin doch nur ein Kill. Kleiner, ekelhafter. Popcorn, Alter. Mach kein Auge. Mein Controller ist aus. Ich kann nicht mehr. Mitten im Fight und der macht nichts. Kann man so schlecht sein? Schnapp mir die jetzt. Ich habe immer gedacht, ich wäre schlecht in Fortnite. Aber das war gelogen. Weil ich bin eigentlich voll heftig. Oh, oh. Oh, oh. Bitte lass mich leben, Popcorn. Okay. Cooler Controller. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Justin. Wir spielen mit dem Nächsten. Nächster Kinder-Controller. Und diesmal haben wir ein Bär, glaube ich. Haha, was ist das? Wir haben auf jeden Fall die Ohren hier. Wir haben Augenbrauen. Warte, ich zeige euch das mal. Wir haben hier die Augen, die Nase und den Mund. Und irgendwie so Tatzen oder so. Das ist der ultimative Kinder-Controller. Andere Seite? Ey, hier sind geheime Tasten. Und ein Aufkleber. Wie geil. Der liegt ziemlich gut in der Hand. Aber der ist zu klein. Ich habe zu große Hände. Egal, wir holen jetzt damit einen epischen Sieg. Wer will mich aufhalten, hä? Kommt doch alle her. Nein, Spaß. Bleib weg. Ich will das überhaupt gar nicht. Ich sage euch, die Leute nehmen Fortnite viel zu ernst auf einmal. Gefällt mir auch gar nicht mehr. Ist da Lami oben gewesen? Lami, Alter. Was machst du denn da oben? Du weißt, ich brauche ein bisschen Heilung jetzt. Da läuft irgendeiner. Oh, Alter, wie schnell bist du? Das ist wie so ein Horrorfilm. Guck mal, ich kriege jeden Schuss ab. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Wer auch immer das ist. Ich habe keine Chance. Der Typ ist irre. Lauf lieber weg. Oh, da hinten feiten welche. Hallöchen. Ich bin der mit dem Bären-Controller. Der Spitzname ist schon bekannt. Der hat mich Flauschi killt, ne? Ohne Spaß. Dann spiele ich nicht mehr. What did he say? Flauschi, bist du hier drin? Uh. Okay, der ist tot. Und du bist der Nächste. Okay. Oder auch nicht, weil irgendein anderer auf mich schießt. Was sind denn das für Leute? Oh, die kommen hier rüber. So, du bist schon mal tot. Lass Fisch ihn, Ruhe, Alter. Hab dir gesagt, ich bin jetzt stärker. Oh, das sind zwei. Das ist gar nicht cool. Die sehen irgendwie schwitzig aus. Spielt ihr irgendwie so Cups oder so? Komm mal zu mir. Und krieg ein paar Schüsse ab. Du weißt immer noch nicht, wo das herkommt. Weil du irgendwie ein bisschen lost bist. Oh, er weiß es doch. Ja? Wo das herkommt, mein Freund. Da gibt es noch viel mehr. Das war der zweite. Oh, der hat voll die guten Sachen. Woher, Alter? Nimm das mal kurz an mich, ja? Was ist das alles? Gold? Oh, oh. Ja, okay. Ich glaube, ich bin tot. Er trifft jeden Schuss. Was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe zwei Kills gemacht. Besser als Nick. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay. Hey, nächster Controller. Und das ist wirklich der Big Baba Bubu Controller, kann ich euch sagen, Freunde. Das zeige ich sogar mit dem Finger hier rein. Und zwar ist das der originale Fisher-Price-Controller. Oh Gott, ich muss ja schon raus. Das Coole ist, wir haben hier wirklich die Tasten in der Form, wie sie sein muss. Wir haben hier ein Viereck, einen Kreis, einen Stern und einfach ein Dreieck. So. Dann machen wir mal den Fallschirm auf. Okay. Und das Coole ist, wir haben hier unten auch noch so Tasten. Ey, ich finde diesen Controller so geil. Ich muss mal kurz was anmachen. Eine Sekunde, Leute. Das Coole ist, bei diesem Controller einfach, er macht sogar Geräusche, wenn man ihn bedient. Okay, ziel und nimm das hier, Junge. Big Baba Bubu, weg mit dir. Oh Gott, das ist voll schwierig. Okay, ich habe ihn. Perfekt, so schwierig, sag euch. Mit diesem Controller zu spielen, ist einfach legendär hier. Oh, hier ist noch einer. Den schnappen wir uns. Komm her. Oh Gott. Umschalten. Boom. Weg mit dir, Junge. Und zack, Alter. Du hast keine Chance. Das ist eigentlich schon der zweite Kill, aber hier ist noch irgendwo einer. Wir heilen uns mal kurz. Will dich doch nur killen. Oh Gott, da ist er. Oh, oh. Da ist er. Und das hier. Und bam. Dritter Kill. Was ist denn der genockt überhaupt? Weiß es nicht. Wieso habe ich meinen Finger so komisch gehalten? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu aufgeregt hierfür. Ist hier irgendwo locker. Der wurde wiederbelebt. Oh, da ist er. Ah, komm her. Umstellen. Und bam. Und weg mit dir. Geh drauf. Komm schon. Oh Gott. Was sind das für Geräusche hier? Renn. Hä? Jetzt. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Let's go. Wir haben es geschafft. Vier Kills einfach. Spaß, Freunde. Als ob ich mit diesem Controller hier spielen kann. Das ist einfach Maus und Tastatur. Das seht ihr doch die ganze Zeit. Mit diesem süßen Controller kann man gar nichts machen. Ist es jemandem aufgefallen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein, ob ich euch geprankt habe oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir heute einen Sieg holen werden. Weil mit diesem Controller kann man einfach nicht spielen. Aber es gibt da draußen wirklich jemanden, der das Ding umprogrammiert hat. Das ist hier so krass. Es gibt so heftige Menschen da draußen einfach. Und der hat mit diesem Controller wirklich gespielt. Naja, gut, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vor allen Dingen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.